Warte, warte, warte. Loopt eigentlich. Ey, den verschiebt nur ein Loopt. Ey, aber es habe ich allein mit Vader. Da kannst du ein krasses Weak machen. Ja, gegebenenfalls, dass du so lange überlebst. XD! Ich sehe es halt nicht. Das Schaden geht nochmal. Oh, ich sehe es. Oh, ich sehe auch das... Juri, ich brauche das Teil, das ist jetzt der Pickup. Wenn da nicht ein Geschütz wäre. Warte, sterbe. Was?! Hint, 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 ich komme, ich komme. Oh, geblendet. Ja, mich auch. Wer spielt damit, außer... Ähm, wenn die Jux Granate kriegen will. Juri, ich habe es zerstört. Ein Pickup. Oh, 3 Aimings! Vielleicht, ich muss die jetzt zerstört sein, das ist jung. Diese 3 Aimings, das war für mich ein Gebener, das ist jetzt. Die sind 3 Aimings, das war für mich ein Gebener, das ist jetzt. Ich glaube nicht. Kid exited! Der Aiming ist einfach gefrashed. Oh, da werden jetzt richtig viele Kills gemacht, pass auf! Auf geht's! Junge, wie viele Raketen gibt's denn im Witzel? Ich habe Null AP, Juri! Ich sage und schreibe Null AP. Hey! Ich bin mit Ars, man hat den Tegg-Pit. Ich hab den Hullhappi gesehen. Ich hab den einfach Hullhappi. Ohohoho! Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo er drin ist. Ich hab den Hullhappi gesehen. Ich hab den Hullhappi gesehen. Ich hab den Hullhappi gesehen. Wie, wie gewinnen so einfach? Oh man... Wer ist der nähere Waffe? Zerstörst, wie sieht's aus? Ich bin halt im geschützt. Zerstörst bei Leute. Hochschussbonus, was sagt man dazu? Meine Fresse, Alter! Ich muss da eine andere Waffe spielen. Für Sparta XDD Wo habe ich? Ich hab Craft-Explosion. Nein, ich hab Assist. Ich stand 2 Meter voll und hab 6 nebenbei, weil sonst spür ich sogar uh und so. Wo? Oh, ich... Oh, ich... Fick ist das. Fick ist das. Wo ist das Geschütz? Wo ist das Geschütz? Der ist, ich muss mich retten. Ich muss doch meine Stimme aufmachen müssen. Werden wir uns so vermogen und teilzunehmen. Was labe ich eigentlich? Oh, Juri, mein Aim war grad so schlecht. Du hast 72 kills, Juri! Du hast 72 kills! Juri, du hast 72 kills! Juri, du hast 72 kills! Juri, dreimal Division! Man kann nicht sagen, ich habe die abüber Portuguese. Es ist einfachillos! Gut, Guitse! Und jetzt gibt es nach Nebel! Dekommate! Yo, Kumpus! Oh Gott! Ich wäre lieb, wenn man HZ-Alt ist Juri, GraftX.de hat mich getötet Juri, du hast so... Alter, das ist grad ein richtig krasses Streak Ich muss auch mal HZ-Alt Töte sie, töte sie! Der Schwerter... Oh, kostenletten viele Ja, ich kann's noch nicht, ich war keine Überzeugung Ich hab's versucht, da gilt's Das war ein gutes Geld Das war ein gutes Geld Alter, so viele Punkte... Krass Das war ein gutes Geld Dis Matthias, der will euch mal